Die FDP möchte die Hinzuverdienstgrenzen für Altersrenten abschaffen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. In ganz prominenter Reihenfolge ordnet sich sozusagen die FDP mit ihrer Forderung, die Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten abzuschaffen, in eine Reihe ein. Im Frühjahr 2021 hat es schon die DAV-Präsidentin Frau Rosbach gefordert und nun im Wahlprogramm der FDP steht es ausdrücklich so geschrieben, dass die FDP die Hinzuverdienstgrenzen abschaffen möchte und zwar für den Hinzuverdienst bei vorgezogenen Altersrenten. Hinzuverdienstgrenzen schaffen wir ab und Teilrenten sind unkompliziert möglich. Das sorgt zum einen für mehr finanzielle Stabilität, weil die Menschen im Schnitt länger im Beruf bleiben zum anderen passt ein flexliebler Renteneintritt besser zu vielfältigen Lebensläufen. Und das können Sie auf Seite 66 des Wahlprogramms der FDP nachlesen. Und zwar fordert das die FDP im Hintergrund zu der sogenannten Enkelfitten Rente. Das heißt also, die FDP möchte als Teil der ersten Säule der Altersversorgung noch eine Aktienrente einführen. Darüber haben wir auch schon in einem anderen Video gesprochen. Ich finde, die Forderung, die Hinzuverdienstgrenzen bei Altersrenten abzuschaffen, ist völlig okay. Wir brauchen diese heute nicht mehr. Die Lenkungsfunktion, die diese Hinzuverdienstgrenze mal früher hatte, die bedarf es heute nicht mehr, denn wir stehen im Zeichen eines massiven demografischen Wandels. Das heißt also, die Bevölkerung wird immer älter und wir werden immer weniger Arbeitskräfte auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel und Rentenberater Peter Knöppel